Das Stockholm-Syndrom schlägt an, denn massive Zweifel an der Regierungsfähigkeit der Union, okay, kann man verstehen, aber auf der anderen Seite, Aufwind für Habeck und Baerbock. Ihr habt richtig gehört. Angeblich sind diese beiden Politiker, muss ich noch kommentieren, was sie so über die letzten anderthalb Jahre gemacht haben, ja, sie sind aber auf jeden Fall in den aktuellen Umfragewerten deutlich beliebter und ihnen wird viel mehr zugetraut als zuvor. Damit moin zusammen, mein Name ist Oli, wenn du neu bist und diesen irren Content hier auch so feierst wie ich, gerne ein Abo da lassen. Ich habe noch ein paar davon in petto. Das Ganze ist interessant, denn hier heißt es in einem Weltartikel dazu, aber auch bei der ARD-Tagesschau, heißt es nämlich, Erhebung von Infratest-DiMAP im Auftrag von ARD-Tagesthemen und Welt. Das ist schon mal wirklich interessant. Seit wann macht denn die ARD? Ist das neu? Also, ich habe sowas noch nicht gesehen in meinen letzten Jahren hier. Wenn ich da was verpasst habe, schreibt es in die Kommentare. Seit wann macht denn die ARD gemeinsam mit der Welt den Auftrag für eine Umfrage? Ein Schelm, ein Schelm, man kennt es. So, aber was kommt hier raus in diese Umfrage? Da sind einige spannende Erkenntnisse und ich frage mich wirklich, wer da befragt worden ist. Du kannst es dir nicht mehr ausdenken. Ja, ist es auf jeden Fall. Könnte die CDU, CSU-geführte Regierung Probleme besser lösen als die Ampel? Und da sehen 36% der Befragten, dass das Ganze ähnlich schlechter ablaufen würde. Dass das Ganze sogar noch schlechter laufen würde, sagen 21%. Besser, 19%, ähnlich gut. Gut, ist auch geil formuliert. Sagen 17%. Also, dementsprechend wirklich ein Armutszeugnis. Und woran liegt das? Das hat die Statistik hier auch so ein bisschen, oder die Umfrage versucht zu analysieren. Bewertung von CDU und Friedrich Merz. Bei der CDU weiß man genau, wofür sie steht. Da stimmen nur 33% zu. Das ist ja logisch. Der Friedrich Merz widerspricht sich ja selbst die ganze Zeit. Zuerst sagt er auf kommunaler Ebene, wird mit der Alternative zusammengearbeitet. Und einen Tag später, gibt es ein schlechtes Medienecho, rudert er zurück. Habe ich so nie gesagt. Du weißt ja nicht, was du kriegst, wenn du sie wählst. Zumindest der unbedarfte Bürger und Wähler denkt das. Ich kann es euch sagen. Du kriegst grün, wenn du schwarz wählst. Darüber muss man sich wirklich im Klaren sein. Wenn man die CDU wählt, bekommst du eine grüne Politik. Sei es, weil die Grünen mit den Schwarzen koalieren. Oder aber, weil die CDU, CSU seit 16 Jahren Merkel und mit immer noch zahlreichen Merkelianern, die in der Partei große, wichtige Rollen spielen und in wichtigen Positionen auch gesetzt sind, natürlich immer noch eine grüne Politik hofieren. Absolut. Das sollte man sich nie, das darf man einfach nicht vergessen. Das ist doch offensichtlich. Weiterhin, Friedrich Merz ist ein guter CDU-Parteivorsitzender. 31%. Die CDU hat ein Gespür dafür, was die Menschen in Deutschland bewegt. 31%. Friedrich Merz wäre ein guter Bundeskanzler. 16%. Da geht es richtig nach unten. Das sehen wir ganz deutlich. Das, was wir auch ganz deutlich sehen, ist der absolute Hammer. Die Zufriedenheit mit den Spitzenpolitikern. An Platz 1 Boris Pistorius. Und ja, okay, man kann jetzt sagen, der macht einen guten Job. Sagen wir mal so, unter den Blinden ist der einäugige König, wie man so schön sagt. Was macht der Mann großartig? Der macht einen soliden, normalen Job. Aber das ist ja jetzt nichts, wofür man Beifall klatschen muss, oder? Also, das ist eine Standarderledigung, die er da vornimmt. Er macht keine Sperenzchen, er hat keine Fauxpas am Laufen oder sonst was. Das ist in Ordnung. Aber nochmal, dass man deswegen schon wie der Überflieger behandelt wird, ist der absolute Wahnsinn. Auf Platz 2 der Zufriedenheit mit Spitzenpolitikern. Ihr könnt jetzt mal in den Kommentaren raten, wer es ist. Baerbock. Baerbock auf Platz 2. Danach Scholz. Wer soll denn das alles noch glauben, Leute? Danach kommt Christian Lindner. Genau. Dann kommt Robert Habeck mit einem Plus von 5%. Baerbock nebenbei gesagt ebenfalls ein Plus von 3%. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was die uns hier vorsetzen und was wir hier glauben sollen. Aber es kann natürlich, nehmen wir mal an, also ich weiß nicht, wo die befragt wurden und wer da befragt wurde und wie auch die Fragestellung im Detail war, weil das macht natürlich auch viel aus. Nehmen wir das mal so hin. Robert Habeck im Aufwind, genau. Aber wenn wir das jetzt tatsächlich so hinnehmen, dann haben wir jetzt hier einen Robert Habeck in der Beliebtheit deutlich beliebter als zuvor, genauso wie eine Baerbock. Und jetzt müssen wir überlegen, woran kann das liegen? Die Leute leiden am Stockholm-Syndrom. Okay, den Renner hatte ich ja am Anfang schon, okay. Aber realistisch. Es kann doch wirklich daran liegen, man sieht es doch, wenn man eben diese beiden eben angesprochenen Politiker nicht permanent in den Medien sieht und sie Politik machen, wie das vor 2-3 Monaten noch der Fall war und auch vor 3-4 Wochen noch der Fall war, als Bundestagszeit war. Mit Sitzungen und allem und ständig in der Presse sind. Man hört ja von den beiden gerade wenig. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Grünen dann beliebt sind, wenn man sie nicht mitbekommt. Weil die Leute daran denken, ach ja, die sind ja gut, die machen das. Wenn du davon dann nichts mitbekommst und nichts auf dem Schirm hast, was sie alles im Öff und Quatsch machen, offensichtlich klappt es dann für die Grünen. Ergo, wenn die Grünen abgewählt werden, dann werden sie wieder steigen und werden nicht mehr rumdümpelt bei 12-13%, sondern werden wieder steigen auf 25%. Das Land ist einfach so irre, Leute. Was hier los ist, das ist unglaublich. Ja, Alice Weidel hier auf dem drittletzten Platz, aber auch mit einem Plus von 2% sind leider nur so ein paar Kandidaten hier drin. Friedrich Merz auch jetzt hier irgendwo im Mittelfeld und so brauchen wir nicht im Detail darauf eingehen. Interessant ist auch noch der Gedanke, den ich bei Gabor Steingart im Fokus gelesen habe. Zitat, Und das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Ich glaube, darüber machen wir aber nochmal ein separates Video. Können wir in die Kommentare schreiben, ob ihr da was zuhören möchtet. Denn die SPD steht vor einem Scherbenhaufen, schreibt er hier. Und da hat er vollkommen recht. Die SPD ist wirklich faktisch am Ende. Die Ampelkoalition würde in der aktuellen Umfrage, die gucken wir uns gleich auch nochmal schnell an, keine Mehrheit bekommen. Das ist ein Armutszeugnis. Die SPD ist nur die drittstärkste Partei, oder sollte ich sagen, ist so schwach, dass CDU, CSU und AfD vor der Kanzlerpartei sind. Das ist ein Armutszeugnis. Und dann machen wir mal ein separates Video dazu. Schreibt es rein, ob ihr es sehen wollt. Und dann gucken wir uns das an. Die AfD erreicht nämlich ebenfalls einen neuen Höchstwert. In dieser Deutschland-Trend-Umfrage hat sie nämlich hier jetzt sage und schreibe 21% erzielt. Damit auf dem stabilen Platz 2. Und einige der wenigen Parteien, sogar die, ne, ne, noch eine andere Partei hat 1% plus gemacht. Die CDU hat einen Verlust gemacht, 27%. SPD auf Platz 3, wie gerade eben schon geschildert, mit 17%. Die Grünen mit einem Prozent mehr auf 15%. Die sind nicht wegzukriegen, Leute. Das wird nicht. Ihr braucht auch nicht zu hoffen, dass die unter gar 5% fallen und damit raus sind aus dem Bundestag, bei der nächsten Bundestagswahl. Da gebe ich euch Brief und Segel drauf, das wird nicht passieren. Wir haben genug Leute in diesem Land, die diese Politik möchten, die das unterstützen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Man sieht sie. Wenn sie auch jetzt noch damit im Gesicht aktuell im Auto alleine sitzen, sieht man seltener. Aber ab und zu sieht man das. Wenn man Videos guckt, wo Leute interviewt werden und sich dafür aussprechen, dass es gut ist, dass die Klimakleber den Menschen belästigen, dass sie Risiken eingehen etc. Dann weiß ich, dass es hier Menschen in diesem Land gibt, die diese Politik hofieren, die diese Politik unterstützen und dementsprechend wählen. FDP 7%, Linke wäre raus mit 4%. Dementsprechend schreibt mal eure Meinung jetzt hier unten rein. Habe ich im Aufwind. Seht ihr da auch so. Und Baerbock, bis zum nächsten. Abo nicht vergessen. Ciao. Ciao.